servus youtube und willkommen zurück bei mir auf meinen kleinen kanal hier zur nächsten folge auf der frühling und ich würde sagen wir fangen hier gleich an mit dem vorgewände wie man es gesagt haben mut einschalten nicht vergessen jetzt sagen wir fangen das ist ziemlich unförmig wir fangen gleich hier an stechen hier gleich rein dass wir hier am anfang haben jetzt und fahren das vorgewände viele bäume und hier ein scharfstall den man sich später noch holen kann so auch gut weiße toste Das war's für heute. So, dass wir hier ein bisschen mehr Platz haben zum Wenden, dass wir nicht am Zaun dran kleben. So, weiter geht's. Immer schön den Rand entlang, nicht in die Bäume fahren. So, das ist mein Ende mit der Gerste. Okay, wir sind hier ziemlich nah an der Straße, ich hoffe es schon bald zweimal machen, dass wir hier noch Platz haben. Entschuldigung, zum Wenden. Eins. Hoch damit, einmal zurück, Staubeuge hoch. So, runter. Rein da. Jetzt sieht die schon besser aus. Wir sind auch schon wieder voll. Wir sind auch schon wieder voll. So, da. Aufheben nicht vergessen. Und runter. Einschlagen. So, da sind wir hier, wo wir reingestoppen haben. Aufheben, zurück würde ich sagen. Da fahre ich hier noch eine Reihe runter. Aufheben. Ah, fast. Jetzt haben wir nochmal, dass wir hier dran gerade sind. So, die XR. die Autos und wir gehen jetzt runter so 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 und jetzt würde ich sagen, machen wir den Zeitraffer rein für zwei Runden, drei Runden ja, zwei oder drei fahren und sehen uns dann zum Wegfahren wieder Musik Musik da sind wir auch schon fertig mit dem Feld jetzt sagen wir fahren das gleich mal weg muss ich nur schauen, ob das auch wieder zum Landhandel muss oder woanders hin das schauen wir jetzt nachdem das Spiel gespeichert hat mal wieder Aufträge ja wappen zum Landmarkt okay dann fahren wir das zum Landmarkt dann fahren wir den Hänger nach Hause und den Hänger für Schneidwerk können können wir können uns noch kurz den Schafstall anschauen dass es nicht eine zu kurze Folge wird ja eigentlich auch sehr schön gemacht hier hier sind die Schafe hier hier aufmachen ja irgendwie gehen die Tore momentan nicht ach das geht okay zu dass ich auch hier manche gehen manche gehen nicht aber ist eigentlich auch kleiner Schafhof wenn man sich noch kaufen kann hier hat man wahrscheinlich noch im unterstand wo man was unterstellen kann sieht so aus ja eigentlich nicht mal so schlecht ok dann mal schnell wieder zum Traktor anfangen wir mal weiter hier mit den 46 die wir hier drin haben eine Miese dazu zum Schafstall ja Innenperspektive für die Leute die die Innenperspektive lieben wir wollen ja allen etwas bieten vielleicht auch ein Unfall vielleicht auch ein Unfall oder auch nicht da kommt auch einer ich hab dich gesehen aber jetzt rüber hier einmal abladen jawohl Vertrag abschließen jetzt sind fertig so und dann schauen wir jetzt mal kurz auf die 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 wir am schnellsten nach Hause fahren hier vorher vor 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 zwei recht nach vor zwei geht auch ok Hauptmarsch fahren wir mal die Richtung wenn ihr das sehen könnt wenn ihr das sehen könnt hier aber unser Fall 2 und wenn wir hier rechts abbiegen sollten wir zu unserem Hof kommen so dann sind wir hier wieder zu Hause dann steuern wir hier wieder zum Hofsilo rein dann steuern wir hier wieder zum Hofsilo rein in den Mähdrescher in den Mähdrescher fahren wir hier oben und dann gehts hier weiter zurück zu unserem Bänger Moment Moment erst mal orientieren da hinten da hinten da hinten ist hier da hinten ist hier ich sehe dich selber Ja, jawoll. Einmal anhängen hier. Oh, zuklappen sollten wir auch noch. So, wenn wir fertig sind. So, wir fahren hier raus. Ui. So rum. Wir sind schon draus. So, ich habe hier gebraucht. Ich darf hier umdrehen. Riesenfeld. Damit wir hier um die Kurve kommen. So sollte hier mal was drauf sein auf dem Feld. Dann müssen wir uns was anderes überlegen. Dann müssen wir außen rum fahren. So kann man es wenigstens schnell machen. Wie gesagt, man sieht schon, eine Nummer größer wäre schon nicht mehr so toll hier rum zu kommen. So, wir werden sie jetzt einmal einbauen. Einmal abkuppeln. So. Dann sind wir hier wieder. Schöne mal schnell zum Hof. So. Dann würde ich sagen, ja, nicht festhängen. Hier drauf. Sind wir hier wieder durch für heute? Ist vielleicht eine kürzere, naja, möchte ich nicht sagen, kürzere Folge. Aber mal drei andere Folgen, wo wir im Maitrescher unterwegs waren. Ihr könnt mir natürlich wie immer unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das Video verhandelt. Ob ihr sowas gerne schaut. Lasst ein Like da auf das Video, wenn es euch gefallen hat. Wer es noch nicht ist, darf den Abo-Button drücken. Ich bedanke mich natürlich für euer Zusehen. Sagt tschö und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.